Sie liebt Sport, aber nicht ohne Gegner. Nur mal so ist nichts für sie. Am liebsten fährt sie Rennen. Da wechselt ständig die Führung. Mal ist sie Ausreißer, mal Verfolger. Mit ihrer neuen App macht sie das nächste Rennen klar. Und der Startschuss fällt im Wohnzimmer. Kettler Racer S. Das erste Bike, das dich wirklich versteht.